Eistee ist beste, also Leute, kauft es, von Pfanner ist nicht schlecht, Pataia, beste Eistee, wir machen weiter hier, bei dem absoluten Betttruck, ich glaub wir werden nicht sterben, ja es ist Daisy, schieß auf hart und jetzt gleich Rasti, Alter, der hat sich eigentlich schon getrunken, ja, ja, die hat uns richtig, ja, wäre das Elektroroller gewesen, hätte ich nicht verkacken, ja eben, Elektroroller Easy, kannst du gar nicht verlieren, nee, eigentlich nicht, Weiß da ständig, sogar auf der Seite, wo die jetzt hergehen will, ich weiß es gar nicht, Johnny, was hat dich denn gemacht, ich weiß nicht, ja, hast du verdient, Biatch, es kommt auch an, 30 Münze, Das Telefon bestimmt, ey, Revolution oder so, Münze, sie sackt bis zum Ende durch, Alter, liebe du nicht mehr, bis später, ne, kannst du mir reinblasen, ja, genau, Ach, hab ich nicht irgendwie 30 Münzen verloren, er kommt auf die Bank, Oh, das sind aber nur 5 Münzen oder so, ne, ja, Gott sei Dank, Träger Affe, wie dieser Schreiter, So, ich kann jetzt mit Fragezeichenpunkt snacken, Ich würde, das machen wir, last in safe, Ja, oh ja, Ratter mit der Tag, und ich lasse mich jetzt auch durchziehen, weil es kann sein, dass ich nach links geballert werde, Ich habe auch nach links, rechts, Ja, Egal, man, Perfekt, perfekt, Jetzt muss ich nur ein bisschen, wie du, gewinnen, Dann kann ich Peach ab, äh, Dingens ausschalten, Was ist das? Das verlieren wir, Abwechslend, A, B, Ich weiß es nicht, das sah, sah übel aus, sogar, Ja, ich habe ein bisschen abgekackt, ich glaube auch nicht, Fick dich, Das waren so ein paar Meter, Alter, Neuer Rekord, Laber nicht, Mann, Das war so knapp, Dreck, Ja, kann man nicht gewinnen, Das geht doch gar nicht mehr, Hä? Was ist ich dumm? Gott sei mich da irgendwo ganz unten, ne? Na ja auch nicht, Ist, ist, ist die Kader? Hä? Wartler warst du? Was, 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 was? Ey, sie holt noch einen Stern, als ob jetzt Geister wär, Ich hab grad gedacht wegen Bowser, Oh man, das wär so gut, Das hat mir, glaube ich, schon mal die Leiche, Ja, Alter, die ist OP, Die ist so fucking OP, Warte, warte, der umkippelt's, Ja, Ey, laber doch nicht, Jetzt übertreibst du aber, Jetzt ist es mal langsam gut, Warte, ich kann noch was machen, Will ich das machen, Aber ich hab jetzt den, Muss das Mini-Spiel gewinnen, Hä? Musst du Mini-Spiel gewinnen, Und dann noch auf ein Glucknaus-Fellkamp, Oh nein! Nicht die Frage, Und noch die Zauberlampe bitte. Hahaha! Ne, jetzt hat er den Nulls-Gelicht, Nervans zu. Wenn ich jetzt das nächste Spiel gewinne, Und auch auf Blaus-Fellkamp, Kann ich in der letzten Runde, Kann ich dann, äh, Pass. Die beiden sind voll OP! Guck dir die mal an! Soll ich's tun? Ja. Ich tue's. Leute! Und gleich Null! Ne, Null wäre lame. Null wäre lame. Das entscheidet jetzt alles, Alter. Ja, aber doch nicht. Ähm. Obwohl ich kann noch klauen, Wenn ich gewinne. Ja, klar. Immerhin verlieren die Geld, Und die dürfen nicht gewinnen. Warum kommt denn die Regentanz? Und ein Blumenklatsche. Ohhhhhhhhhh. Das ist wie zu weh, Alter. Das ist wie zu weh, Alter. Ich hab's. Ich bin's. Ja! Ich hab's. Ich hab's. Wie viele Runden? Eine noch. Geil. Wenn jetzt nicht irgendeine Scheiße passiert, kann ich den Stern abziehen, ne? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Guck mir noch. Battlefield. Das wär's. Das wär der größte RIP-Scheiß aller Zeiten. Bitte nicht, Alter. Wo ist der Nächste? Das ist nicht dein... Das ist nicht dein... Das ist so lame! Betrug! Gott sei Dank nicht, ne? Gott sei Dank nicht. Okay, einen kann ich noch wegziehen. Chaos kaputt. Das geht, okay. Muss das nochmal? Das da. Ach so. Das ist so Betrug! Äh, was? Äh, äh. Okay, okay. Ich hab mir... Ich hab mir oben alles gemerkt. Ähm. Ah. Ich weiß noch, wie es oben war. Ich nicht. Ich weiß zwei Sachen. Äh. Äh. Da-da. Wo ist Daisy? Ne, die Vario-Kappe war ganz woanders. Die war nicht oben. Ähm. Hallo, setz ihn doch hin, du Wichser! Oh, scheiße. Bitte. Bitte. Nein! Oh, ich bin so kacke. Die hat alles. Hä? Ne, so gut wie alles. Wie Art? Okay, okay, okay. Hä? Warum hab ich den? Weiß ich nicht. Ich war voll der Noob. Ist jetzt noch ein Problem bin ich beschert. Jesus Christus. Warte mir aber jetzt... Hä? Was macht die denn jetzt? Hallo? Hä? Was machst du? Ja. Die hatte doch nichts geiles. Der hatte nicht mal den Zauber... Hä? Oh cool. Wie seht ihr sich noch zwei Ständer und können wir da noch eine Zauberlampe drin gewesen? Wir müssen ihn jetzt beide ein abziehen. Wir müssen beide ein abziehen. Also ich mache, ich mache ja auf jeden Fall, wenn jetzt nicht irgendein Scheiß, bisschen mir gerade gefällt oder so, dann mach ich das. Ist sie in deiner Nähe? Ne, ich bin irgendwo ganz links. Ja, das ist ja auch bei mir fest. Wenn sie jetzt auf dem Weltfeld kommen, ich hasse sie, ne? Das war aber echt knapp, ne? Warte, sie geht wieder darunter. Sie hat den nächsten. Bitte, bitte hoch, bitte hoch. Langsam kann der Betrug da auch mal... Ach, halt hier los. Okay, Dickay. Dickay. Dickay verpiss ich, ne? Würfel 1 oder 2? Ich glaube, da ist sowas im Feld, ne? Ah, ah, es ist gut. Na, gut gemacht. Aber wir müssen eh... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Okay. Ich kann glaube ich noch den anderen holen. Nein, nein, nein. Ja. Das versteht die letzte Runde? Ja. Daisy, Mann! Wir können sie noch ficken. Können wir nicht, können wir nicht. Die hat den Mundstern. Ich hätte so gerne sterben lassen. Ich hätte gerne sterben lassen. Wollen wir das? Wollen wir das machen? Was? Ich will nicht stoppen nutzen. Das mache ich noch. Das mache ich noch. Noch fünf Runden. Sag mal, sag mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Nein. Warte, das wird erst danach glaube ich. Oder? Hoffentlich. Ich komme noch da drauf. Ich kann hier einen Clown. Wenn du gleich einen einzürfelsst. Dann... Dann ist vorbei, ja. Ja, dann... Aber warte, das wäre gar nicht mal schlecht, wenn das doch endet. Wenn gleich die letzte Runde ist. Sie kriegt den Stern nicht. Wir ziehen hier einen ab. Daisy. Ja, voll weggehauen. Daisy... Mussten wir jetzt töten. Nein! Ja, warte, bring mich um. Ich glaube, du kannst das Geld besser gebrauchen, falls irgendwas passiert. Ja, okay. Richtig Taktik hier. Aber... Alter, die ist auch zu OP gewesen. Ja. Die war die ganze Zeit richtig overpowered. Am Anfang war sie glaube ich so richtig so... Naja, das sollte uns nun Sicherheit wiegen. Ja. Ja. Somit kann ich eventuell noch mit dem Minispielstern mit ihr streitig werden. Wegen dem ganzen... Ja, es funktioniert! Wir bringen dich noch um, du. Wir bringen dich um. Wir müssen sie töten! DK gewinnt. Das ist scheiße. DK kann wirklich gewinnen. Hoffentlich. Aber er hat nicht so die Bonus-Sterne. Nee. Sie halt schon. Warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Warte. Ja! Sie kommt hoch! Sie kriegt den Stern nicht! Gott sei Dank, ja. Wir bringen die jetzt so um. Müssen die jetzt töten. Ja. Am besten ist, wenn wir DK auch irgendwie ausschalten. Ja, weil das ist ein Buh-Kack. Er muss halt gleich, wenn er runter geht, diesen Torpedo kriegen. Ist er den Stern nicht holt. Was, aber jetzt geht sie wieder hoch und holt noch einen Stern. Oh Gott, nein. Also 20 Münzen wären okay. Gott sei Dank. Ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. So könnte ich eventuell, so kriegt sie halt weniger Coins. Also kriegt sie Coins weg. Das ist gut. Regentanz, Alter! Nein! Ausgeschlossen. Was ist das? Da müssen wir uns um diese Schlüsselboxen warten. Warte. B, Angriff. Okay. Perfekt. Hohohohoho. Warte, ich schnapp dir den neben mir. Nein! Nein! Die Fatze! Oh Gott! Nein! Wex, Boxi weg! Nein! Scheiße! Hure! Hure! Ja, als ob! Weil sie der Sport auch noch genau in ihrer Fresse bringt. Nicht gut! Hure! Nicht gut! Ich glaube, die fünf Runden werden doch vielleicht noch zum Verhängnis. Scheiße! Ja, ganz ehrlich. So macht es einfach. Das haben wir doch den Hauch einer Chance. Ja. Auf Siegertreppchen zu kommen. Ja. Du, wir brauchen jetzt Battle Games. Wir brauchen alles. Okay, ich kann ein Battle Game holen. Ja. Ist zwar jetzt ein bisschen riskant, wenn das 20... 19. Ja. Aber... Ach Gott, bitte nicht 20. Fuck. Ich muss jetzt Zweiter werden. Ja. Regeltanzwehr-ideal. Oder Pupp. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Nein! Ich kann das nicht so gut. Okay, warte. Wir müssen uns die Spasten merken. Ja. Okay, Boohoo. Rechts. Toad. Mitte. Ufer links. Wer? War's? Er ist richtig, ja. Echt? Oh Gott. 17 Sekunden! Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los mit der? Ah, du bist Zweiter, du Zweiter. Ist egal. Ist gut. Toll. Egal. 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 Jetzt holst du die ganzen Münzen wieder. Die Hure. Egal. Ja, perfekt. Okay. Jetzt müssen wir hier. Ohohoho. Verpiss dich. Wir müssen jetzt richtig umbringen. Wir müssen die jetzt echt einfach vernichten. Ich weiß aber nicht wie. Ich weiß nicht. Wir müssen einfach auf Luck kaufen, ne? Wir müssen. Du könntest auch den Dings kommen. Ah, es bringt ja nix. Ja, woher denn Münzen wird für 30. Wird für 230. Kann man das machen? Näh. Ich wollte doch doch. Machen wir. Besser als gar nichts. Ja. Ganz ehrlich, die müssen kriegst du dann eh irgendwann durch den Blausfeld wieder. Ach das schon wieder. Ja, es ist verdoppeln. Das ist Rain. Ja, laber nicht. Ist mir so. Burscht. kenne ich irgendwo her ich auch 35 aber wenn ich jetzt drüber würfel dann ist vorbei wesen szenen bekommen ja könnten wir vielleicht noch den arsch werden was können wir denn machen gegen sie mirakelfeld du musst diese runde immer laufen aber es könnten uns auch total zerstören aber es ist die letzte chance ich müssen das tun ich laufe jetzt auch wenn ich dann komme wer ist denn da überhaupt da oben ach du scheiße ich muss ich extra verkacken erinnern sie mir nicht beständig kriegt ja ich brauche ich brauche ich brauche die mann also die ist viel zu overpowered das ist der terminator alter gar nichts mehr machen das einzige sind die sterne wirklich rüber zu tauschen wir müssen jetzt auf dieses schule fällt anders geht nicht mehr jetzt kriegt sie noch ein stern können wir nicht machen können nichts mehr machen sie ist overpowered einfach so wird so hart zu portet das ist ja unglaublich stell vor die gewährle auf hart gewicht obwohl das gegenseitig umbringen ja ist egal die stelle muss jetzt daher laufen und auf das mirakelfeld kommt eine andere wahl haben wir hier groß gar nicht mehr ja mach schon wieder das ich hab nur das spiel das ist vertrug die geistbrücke bringt mir auch nichts da muss ich schon über das lag das ist fortuna gedöns stimmt aber ich das kann ich nicht alter wir müssen auf das scheiß wie rakelfeld ich weiß das ist vielleicht ein bisschen lame aber keine andere wahl weil es das richtig wäre dann alles gegeben ja das stimmt aber aber so ist sie halt wenigstens aus dem bruder zu komplett wirklich habe ich gar keinen bock drauf warte wer ok der erste von rechts wer war das das war der buch glaube ich ich weiß es nicht mal jeder den buch genommen habe habe ich schon vergessen ich bin voller idiot weiter ich komme mit diesen schreibungen voll durcheinander ja er war an links ich weiß es nicht nein das war ich war ich war oder sie hat gewonnen nein die k bitte gewinnen dass die k bitte gewinnen das bitte alter der minu das einzige was noch offen steht ich glaube er wird aber nicht gewinnen er ist ein affe der sechste von weiß ich nicht wo sie nehmen beide was anderes ne was ist doch das ist doch glaube ich beide verkackt gott sei dank das ist gut perfekt draw das klingt so scheiße okay okay drei runden sie hatte stern und das ist sogar ganz lame wir machen jetzt ein bettel dass sie zu mir kommt das ist ja nichts großartiges wir müssen aufs mirakel wir machen drei münzen als die meiste reden dort oder so kann man auch lassen wo ich bin das ist das du musst das gut finden vorher da ist ein huhn das musst du machen ja du wichser nein guck mal wie doof sie ist ja du hast das huhn aber es sind nur drei münzen ja aber wenn ich singe macht er gut obwohl sechs münzen mir halt nix leck mich wenn er jetzt noch eine zauberlampe ist es verloren okay wenn sie das fortuna scheiß kriegt dann können sie noch bei den scheiß wächst ja stimmt fuck ich alter daisy so b ne ja komm mach echt mach einfach hin ganz im ernst dich juckt doch kein das ist kein schwanz mach hin okay ach der kann den holen das ist schlecht das ist schlecht aber es ist noch okay weil er könnte ihn woanders hin spawnen wie noch die chance die chance ist auch nicht mehr so groß ne ne du musst den holen das ist doch sofort das ist doch sofort das ist sofort auf der letzten ebene huren söhne oh mein gott ja 50 mach jetzt mal 50 das wäre so lame okay ein anfang ein anfang ich könnte jetzt wenn ich gewinne einen stern clown eventuell sehr gut sehr gut oh gott okay sie darf noch nicht so op sein und ich nicht doof sie ist dagegen gerannt ich nicht das ist auch noch kein fehler gemacht ich auch nicht ich hab richtig lack gerade jetzt nicht mehr ich hab mega lack ich hab ultra lack ich bin fast gott gewesen nein oh gott ja ok sie hat einen fehler gemacht jetzt spawnen noch gleich mal zu sich ich möchte eigentlich zweiter werden ne das wäre so geil nein ja die fotze war so aber fort wenn das jetzt genug münzen sind krieg ich einen stern noch von ihr das wäre super bitte 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 los ja reicht nicht ne doch du hast noch 16 die wurden mir ja weggenommen ja oh geil ja 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 geil ok aber sie kriegt noch einen stern sie kriegt noch einen stern wenn sie schlecht würfelt ja ja das ist perfekt bitte nach 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 weil die brücke ist doch aber ich komme zu euch das heißt du könntest den sternklau nehmen du könntest den sternklau nehmen gehen wir dann bitte ja danke äh ne ich komme dann nicht mehr hoch aber mirakel 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 oh gott was hat das denn ach so so oder durch 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 diesen durch durch so ein feld wo wo man items kriegt wir müssen mit jedem dreck hier hoffen das ist so ekelhaft schon langsam scheiße du darfst nicht schießen sie gewinnt sonst ich muss aber den stern versuchen zu holen das ist sogar perfekt an sich es ist nicht schlecht das ist so geschenkt du engl das ist so geschenkt du engl das ist so geschenkt du engl du erkennst schon meistens an der form wer der richtige ist das kannst du nur gewinnen warte mal ja ist ja jetzt schon fast klar ja ja das ist eh nur 6 ja 12 scheiße die kate macht doch auch mal irgendwas was uns hilft jetzt steht er nur sein leben ja es juckt doch gar ja jetzt komme ich dann kennen wir das leben alles cool ist cool bringt mir nicht aber die krieg ist noch ein stern jahr verloren weil ich habe ja auch mal vielleicht habe ich ja noch das ist geil ja ich werde extra nichts machen ja es ist die einzige möglichkeit ja scheiße ein bisschen so es macht keinen sinn sich jetzt hier extra gewinnen das macht keinen sinn guckt ihr das hat alter ich kann nichts drücken der controller funktioniert der controller geht auf einmal nicht warte ich warte echt noch bist du mal wie das alles vollgestellte ist es kommt dicker der affe als er wieder abgeht ja das kann er aber nicht mehr gewinnen ja mein gott das ist aber auch lame guck mal wie die gewinnen wie die support wird die wird so ein gewusst letzte 1 1 online wird dies dies auch viel zur port die hohe vier stand ja also wird einer von entweder ich oder die geworfen jetzt das einzige was mich jetzt noch retten könnte wäre ein bettel um 50 minuten beim dingens bei dingens als ob nein es könnte noch knapp werden bei mir und die kennt das würde mich retten wenn ich das halt gewinne und da sie nichts kriegt dann könnte das für mich echt gut sein bitte kommen auf den battle 3 3 3 3 50 alles jetzt jetzt alles verbieten war nicht 0 nicht so dann kann er mich mal dennoch könnte dass sie an den stern hin dann an den ein das wäre ganz geil warum kommt denn kein regentanz es ist doch betrug extra ja und jetzt kommt noch das jahr wie sie gewachsen gewahrt hat 100 von den richtigen ausgehen ja natürlich es ist so leben dass nicht einmal regentanz kommt und ich werde als erstes weggeballert oder was unfassbar lame sieht irgendwie aus diese streifen dieses kaugummi irgendwie wenn sie raus fliegt dann macht extra nichts ich fliege raus man ist extra ne so soll sterben ich glaube nicht dran so so klein wird so umlauf support ist hat die für eine stimme sind schwanz im maul das genau 20 minuten ich kann hatte sechs noch mal ich kann noch einmal mal was kommt eigentlich nicht hier ich habe nützlich zwei battles getriggert werden was ist wenn doch zwei battles getriggert machen wir beide eins ich verliere extra warum mache ich extra was gibt es denn überhaupt was ist das müll dann mache ich auch gar nichts er kann es nur gewinnen nein kann ich nicht ja wenn ich gar nicht geworfen ja gut alter drei meter ja toll okay der jetzt das letzte runde ne ja ist ja nix ja fick dich wegen kannst du es kommt einfach kein regentanz das ist so die die sie so behindert die tschätet bis sie direkt nach oben links geht ja ja cool die geld verpiss sich sogar alle nach wie guckst du denn du kleiner wix ja klar weil die brücke ist doch links immer links geben die ist immer links mann verpiss dich ja links links schatze jetzt sind schon beide muss weg jetzt kritisch aber ich glaube weil sie jetzt einmal warte mal 1 die brücke ist links die brücke ist links die brücke ist immer links die brücke ist immer links die brücke ist immer links ich wollte es auch verpissen ja also einer davon ist doch einer davon ist die brücke ist immer links nein es hat nichts gebracht das alles schade ja sechs münzen toll kann man auch nach ja das war es wenn auch schon das letzte spiel zu gewinnen rasante regatte das ist das schlitzer spiel ja gott ich weiß nicht wie lange der part ist was mir so das ist doch nicht da sie ist doch okay ich drücke nach vorne ja kann man auch mal lassen alter ich bin jetzt bedürfnis grad zu blockieren ja ich bin aber ein schnauzen spiel ich bin nicht existent gerade coffee over party ist wie sie abkürzen wollte die buch das schaffst du gewonnen okay geil 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 aber das ja es ist also für mich ist das schon verloren an sich mal wenn ich jetzt zwei sterne kriegen würde also die fragezeichen und wenig spiel als der münzstein hat ist so es war aber so letzter wäre schon echt bitter ja ja jetzt die uhr die uhr die uhr war es zum ende normal richtig umgebracht hat sie uns aber wie leben ist das denn auch der stern und dann gleich zu ihr ja das ist so leben das ist übel jetzt aber wer in münzstein spiel echt noch daisy krass vorbei jetzt wird alles wahrscheinlich äh ja ich hab den ne ja den hab ich immerhin ja jetzt ist es ein speed tie zwischen uns mal gucken also zweiter wär schon übel gestört wer ist letzter ich was immerhin zweiter aber die war op die war viel zu aufbauen wir stehen nie wieder auf hart das ist voll unfair alter wenn jetzt direkt vor ihrer ja es ist der sound bug ja es war der speed tie jetzt will ich mal gucken mini spielmünzen war knapp war echt klar mit mir und guck mal meine münzen an die ist eine mirakel mit den 30 münzen dazu die hat mich gewünscht lächerlich hier im jahr die käfer auch knapp ja habe ich mir gedacht ja war aber eine lange party war ja eigentlich 25 runden aber trotzdem cool jeden fall also hat die pläne wurden ja der bluthochdruck war da also leute das war es mit dem part der war gut hat schon bock gemacht peter zwar gewonnen sie hat gewonnen du bist zweimal letzter verkauf war episch also von allem egal ja also will es stellen jetzt er immer auf normal ich meine die kre war ja auch im rennen ja er war auch echt nicht schlecht muss man sagen er hat mir aber nicht betrogen eben und ich glaube die harte charaktere betrügen ja habe man ja gesehen dass ich von der früste sporn ja ja einmal da oben und dann das war lame aber wir stehen die auf normal und da haben alle gerechte chancen alle so weil ich würde sagen wir sind so auf der normal kante hängen wir ja und im nächsten part kommt dann das wüstenbrett was doch richtig cool ist ich finde ich erinnere mich an die letzte mal der ist nur gegen den kaktus gerannt die ganze zeit also hat nichts gemacht dass dem im nächsten part haut rein und tschau tschüss man scheiß mal auf deinen eltern aus und scheiß mal auf dein geldpick scheiß auf deinen bausparvertrag du bist ziemlich hässlich ich analysiere deine fehler so schnell ich betreibe mobbing hochprofessionell du hast dich echt ins zeug gelegt doch keine chance mich mich freust du nicht ich analysiere deine fehler so schnell